ja hallo zusammen wie ihr am titel erkennen könnt bin ich heute mal etwas am üben erste teil der übung wird sein sehr schnelle tom bass drum sehr abläufe dann werde ich üben von den toms jeweils mehrere läufe von der tiefsten zur höchsten zur höchsten zur tiefsten dann der dritte teil der übung wird sein dass ich zwischen einer hand alternativen mit der base so am spiel damit beiden händen und dann zum guten schluss wenn es so sein dass das ich achte wenn es überhaupt genau achte sind spiele und dann bei dem ersten schlag jeweils ein becken oder tom spielen werde und los geht's so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020